Ho, ho, ho! Hier kommt der Weihnachtsmann! Okay, sind doch nur wir beide. Wir haben jetzt unsere eigenen, brandneuen Senti und Viti Adventskalender mit 24 Überraschungstürchen zum Öffnen. Hol ihn dir jetzt auf sentiundvitiadventskalender.de oder schau in der Videobeschreibung für eine tolle Weihnachtszeit. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte. Seid schnell! Yo, Senti! Heute müssen wir versuchen, so lange wie es nur geht, ohne Essen auszukommen. Und das wird rationiert und wir bekommen nicht viel. Oh mein Gott, wir werden Angriffe hinter dir rennen. Und wir müssen versuchen, so lange zu überleben, wie es nur geht. Wir können uns ein bisschen wehren mit den Fäusten. Warte mal, oh mein Gott, was passiert hier? Alle verkloppen sich. Ich friss meinen Schokoriegel. Yo, warte mal, ich... Okay, Freunde, ihr seht, ich habe übelst Hunger. Wir müssen aber eigentlich nur überleben. Es geht echt nur ums Überleben. Die Zeit, weißt du? Okay, ich lebe schon seit 3 Minuten 40 Sekunden. Okay, und irgendwann, ich meine, wir sind auf Etage 25, kommt hier ein schwebendes Objekt runter, wo Essen drauf ist. Und die über uns können natürlich auch vor uns essen, ne? Okay, und was macht das denn, wenn wir jetzt eine Etage runterspringen? Ich weiß, nein, 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 das wird gar keinen Sinn machen. Wir müssen natürlich eigentlich höher. Umso höher wir sind, umso besser und schneller Essen bekommen wir. Okay, ich verstehe schon. Und hier leben ganz viele Spieler und wir müssen einfach so lange überleben, wie es geht. Ja, und das werden wir natürlich schaffen, Freunde. Ich meine, wir leben schon eine Minute 50 und lass mich in Ruhe, Mann. Nein, ich fahre nach unten und... Autschie. Aua, Leute. Ich habe mir ein bisschen was wehgetan. Aua. Vitamin, ich bin mit dem Etage 9 wieder aufgewacht. Aua, ich fahre auf Etage 3 auf, wie cool. Hi, möchtest du einen Schokoladenring? Aua, ey, was ist mit dem los? Das ist, weil du bist irgendwo über mir sogar, ne? Ich bin jetzt relativ weit oben, Etage 3. Äh, in jeder anderen Etage gibt es auch andere Objekte. Zum Beispiel können wir auch hier zum Beispiel einen Trader finden oder so. Du hast ja auch Punkte, ich habe 280 Punkte. Und wie ist dein Zimmer, Genosse, so? Äh, ich bin schon die ganze Leine auf der Etage. Warte mal, guck mal, man kann sich auch ausruhen auf dem Bett, ne? Oh. Hallo, hörst du mich, Vitamine? Ich bin unten. Ich bin unten. Oh, oh mein Gott. Senti, den habe ich runtergehauen. Okay, aber was kann ich jetzt hier machen? Ich bin jetzt ganz allein in den Etage 9 und hier ist gar nichts. Äh, Senti, du musst einfach eigentlich warten, bis die Essensplattform runterkommt. Und ja, natürlich sind wir jetzt drei und die Essensplattform wird ganz unten sein. Ich würde eigentlich gerne zu dir kommen. Ich wüsste gar nicht, wie ich runterkomme. Du musst einfach runterspringen. Okay. Mach ich! Aua. Aua. Die Essensplattform ist bei 18. Okay, das bedeutet... Hast du es geschafft, runterzuspringen? Ja, ja, ich habe es gesehen. Wo bist du? Oh mein Gott, ich werde angriffen. Hau ab! Oh nein. Yo! Ich spring runter. Wo bist du? Okay, Freunde, ich glaube, wir sind in der letzten Etage. 29. Okay, welche Etage bist du eigentlich? Äh, ich bin... Oh mein Gott, ich habe hier runtergeschubst. Okay, warte mal. Ich bin in der Etage... Äh, wo sieht man das? Sieben. Ich bin... Oh mein Gott, ich bin 18. Oh, die sind eigentlich nicht runtergefallen. Bei mir war ein Mädchen, aber sie hatte gesagt, sie hat keinen Bock auf mich, Senti. Oh mein Gott, du bist bei 18. Das bedeutet, du bist ja unter mir, oder? Ja, warte mal. Ich fall nochmal runter und... Oh, die Essensplattform ist gerade bei 24. Ich habe so Hunger. Stimmt, Freunde. Ah, man sieht Hunger und Müdigkeit. Ach, man muss auch schlafen. Ja, irgendwann musst du schlafen. Äh, ich bin... Wo bist du nochmal? Äh, ich werde gerade verkloppt. Bei sieben. Oh, warte. Nein! Ich war gerade bei der sieben. Och ne. Aber ich werde ihn runterhauen, ja? Okay. Ich bin bei 27 jetzt wieder aufgewacht. Oh mein Gott. Bei mir ist das Essen ein Etage über mir. Ja, warte ab. Du kannst gleich essen. Das ist über zu gut. Ich werde aber verkloppt, glaube ich, hier. Junge, ich hau auch den hier auf. Der will ein Buch lesen und ich sage, hier wird kein Buch gelesen, Mann. Au, aua. Da, bei mir ist Essen. Esst so viel, es geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich esse alles. Ich esse alles auf. Aber jeder will essen. Und bumm, Junge. Oh mein Gott. Und hier fliegt überall Ketchup rum die ganze Zeit. Wer hat die Ketchupflasche zerstört, frage ich mich. Junge, Junge, Junge. Bei mir ist die richtige Party. Alle. Die haben alle Bücher in der Hand. Hä? Oh mein Gott. So viel Essen, Freunde. Ich bin immer noch auf Höhe 6. Und Freunde, ich werde das versuchen zu verteidigen. Ich werde so lange hierbleiben, bis das Essen wieder nach oben fährt und ich essen kann. Okay, das Essen kommt runter. Ey, jo. Hier hat einer ein Seil. Da kann man einfach hochlaufen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Oh, warte mal. Jetzt bin ich, bin einfach auf der 5. Okay. Oh, das Essen geht immer weiter nach unten. Aber ach so. Jetzt ist ja nicht mehr viel Essen übrig. Genau. Ganz oben. Ey, jo. Ey, jo. Oh, lass mal Freunde sein, Mann. Oh mein Gott. Weißt du, wo ich gerade aufgewacht bin? In welcher Etage? Äh, nein. Ich bin in der Etage 1. Jo, und ich bin 17. Und ich habe ein Seil bekommen. Warte mal. Sandy, das bedeutet, ich kann nach und nach immer... Oh, oh. Die Plattform kommt ganz hoch, ne? Jetzt. Oh Gott, ich bin in der Etage 1 und ich bin hier ganz alleine. Okay, warte. Ich probiere hochzulaufen, okay? Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben an der Spitze alleine. Oh, ich habe gesehen, das Essen ist da oben gekommen. Ja, das Essen ist oben. Das heißt, du hast freie Auswahl gleich. Du kannst so viel essen, wie es nur geht. Ja, wenn jetzt hier keiner wieder aufwacht oder so bei mir. Okay, Sandy, ich laufe gerade. Oh mein Gott, das Essen kommt. Wie gesagt, ich habe ein Seil, ja. Ich laufe gerade hoch, okay? Oh mein Gott. Oh Gott, unendlich Essen. Alles ist für mich hier. Ey, yo, Sandy, warte. Ich bin Stufe 13. Ich esse alles Kuchen, Chicken Wings. Alles ist für mich. Hallo, ich will auch noch was essen. Oh, das schmeckt echt lecker. So, ich gehe mit dem Essen nach unten. Stufe 2. Ja, bleib drauf stehen. Du kannst doch die ganze Zeit mitfahren. Ja, aber die Leute battlen sich ja hier alle, weißt du. Das stimmt. Oh nein. Du musst wissen, das Essen ist knapp. Jeder will was haben, ne? Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Hilfe. Wir sind Etage 3. Ich bring da mal meine Freunde mit, ja? Wenn es in Ordnung ist. Welche Etage bist du? Ähm, ich bin jetzt Etage 10. Ja, das dauert ja ewig. Oh mein Gott. Junge, ich war 16, ja? Ich laufe hier hoch. Oh mein Gott. Ja? Warte mal, wo seid ihr Etage? Äh, ich werde erledigt jetzt. Oh. Etage 4 und jetzt geht es runter zu 5. Oh, wir sind gerade Etage Nummer 8. Es werden immer mehr Spieler. Alle battlen sich ums Essen. Die Hälfte ist schon weg. Okay, wie lange hast du eigentlich schon überlebt? Oh mein Gott. 2 Minuten gleich. Warte mal. Sie ist genau über mir. Okay, Sandy? Oh. Die nächste Etage habe ich das Essen. Junge, ihr macht euch jetzt weg, ja? Pass auf, Vitamine. Hier ist einer, der uns alle offen will. Okay, warte, warte. Aber jetzt, Leute, jetzt gibt es Essen. Ich komme. Ich bin auch da. Essen Party. Hau rein, Sandy. Oh mein Gott. Ich habe schon volle Essen. Oh mein Gott. Ich werde mir verfolgt die ganze Zeit. Okay, wollen wir auf der Etage? Jo, okay. Ich werde die ganze Zeit mit dem weißen Koch verfolgt. Die ganze Zeit. Wir bleiben hier. Wir bleiben auf der Etage. Lass sie runtergehen. Okay, oh mein Gott. Guck mal, wir sind jetzt hier mit zwei Mädchen auf einer Etage. Was machen wir mit denen? Sollen wir sie runterhauen? Oh mein Gott. Ey, pass auf, Vitamine. Was machst du? Ich dachte, sie wäre lieb. Ich nehme aber noch. Okay, bleib hier. Renn, renn, renn. Der will nicht. Okay. Hier ist ein Noob. Wollen wir uns mit ihm anfreunden? Hallo? Warte, das ist ein Medikit. Guck mal, ich kann mich heilen. Oh, gut. Guck mal, ich habe auch ein Seil. Wir können weiter nach oben. Oh mein Gott. Der sieht doch nichts. Guck mal, wie der aussieht. Ey, weg. Ey, lass ihn. Oh nein. Oh mein Gott. Du musst es balancieren ein bisschen, ja? Oh, das Essen kommt, glaube ich. Ja, ich glaube, es kommt wieder hoch. Oder? Warte mal, kommt es wieder hoch? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, Freunde, ihr seht's. Das ist natürlich echt ein bisschen tricky. Wir müssen hier echt ein bisschen eine Weile überleben, hä? Aber ich glaube, das schaffen wir gemeinsam. Ja, okay. Ich bin aber müde. Kann ich mich jetzt hier legen einfach? Pass auf, du kannst dich auf der anderen Seite. Leg dich auf der anderen Seite. Ey, ich werde verkloppt. Ja, dann geh doch einfach. Du gehst aber auch mit Absicht immer hin. Ich dachte, vielleicht sind die lieb. Nein, die ist keiner lieb. Jeder muss um sein Essen kümmern. Ja, okay. Wo viele sind jetzt hier? Okay, leg dich hin. Ich bewache dich. Gute Nacht. Ja, ja. Leute, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, okay? Ich bewache dich. Ich bewache dich. Okay, warte mal. Oh, weg mit dir. Oh nein, oh nein. Setti, ich bräuchte mal Hilfe. Ja, meine Müdigkeit sinkt auch einfach. Ja, ist ja gut. Achso. Ich bin runter. Oh nein. Nein. Okay, Freunde, wisst ihr was? Hier ist mir gerade ein bisschen zu viel Tumulte. Ich gehe nach oben. Ciao, Losers. Ciao, ciao. Okay, ich wache auf bei 17. 17, okay. Wo bist du nochmal? Ich bin jetzt gleich bei 5. Ich versuche ganz hoch zu gehen. Ah, du hast das Seil, ne? Ja, ich versuche. Mal gucken, was ganz oben ist. Leute, ich meine, ich lebe jetzt schon 4 Minuten. Ich bin echt ein Pro in dem Game. Ich meine, ich war ganz oben und oben hat man direkt das ganze Essen für sich alleine direkt. Oh, warte mal. Bei mir sitzt jemand in der Ecke. Okay, warte mal. Ich rede mit denen. Okay, ich kann mir ein Messer kaufen, ein Schokoladeregel, ein Erste-Hilfe-Riegel, ein Hammer, ein Schwert und Katana. Ich kann das alles für Punkte kaufen. Hier, auf welcher Etage? Auf der Etage 4. Okay, interessant. Ich bin gerade bei 18 und hier sind alle. Hier beten sich alle ums Essen. Aufstehen! Ey, Jo, ist in Ordnung, Mann! Wir haben keine Zeit zu schlafen. Es gibt die ganze Zeit Leute, die probieren, einen zu rufen. Okay, du hast recht. Ich weiß nicht, auf welcher Etage du bist. Ich bin in der Etage, ich bin ganz unten, wo alle sind. Hier ist das Essen bei mir gerade. Wie viele geht es eigentlich nach unten? Ich weiß, glaube ich. Ich glaube, 30. Ich glaube, 30 ist das Maximum nach unten, ne? Okay, ich probiere nach ganz oben zu kommen jetzt. Okay, ich versuche zum Beispiel gerade mal nach ganz oben zu gehen. Einfach nur aus rein Interesse mäßig, was auf der Plattform 1 ist. Und wow, hier ist einfach gar nichts? Ja, habe ich dir doch gesagt. Ich war auch bei 1. Yo, was? Hier ist scheinbar eine Geheimtür? Alter, hier ist einer dahinter in deiner Tür und der haut mich! Was? Junge, das ist, glaube ich, der Edmund oder so. Oh mein Gott, er lässt uns nicht rein, ne? Er lebt schon 6 Minuten und er haut uns die ganze Zeit durch die Wand. Der hat sich da eingebunkert. Ey, ich wurde aus dem Schlaf gehauen und nein, aua! Oh nein, Mensch. Oh mein Gott, ich sehe dich. Du bist bei mir geladet auf den Essenssaal. Junge, ich bin trotzdem Etage 1 gespawrt, ne? Ja, ich glaube, ich bin bei 27. Ja, übrigens, es ist jetzt vorbei. Ich glaube, es fährt jetzt wieder hoch, ne? Es ist an der letzten... Okay, was passiert, wenn ich darauf stehen bleibe? Dann komme ich zu dir, oder? Ähm, ich glaube, du wirst geuft. Aber du kannst es mal probieren. Nee, es geht nach unten noch. Ding! Ich habe ein Buch, Mann, du kleiner Noob! Der will es auch wissen, ne? Mein Noob hier. Was geht ab bei dir da oben? Alter, du willst es nicht wissen. Hier geht richtig die Party ab. Es geht immer tiefer runter. Oh, hier ist orange bei 29. Okay, wie ich habe mir wusste, bis 30 geht es runter. Es geht, glaube ich, bis 30 runter. Ich bin jetzt bei 30. Ich bin ganz unten im Schlaf. Und ich glaube, danach gibt es keine... Habt ihr überhaupt noch Essen? Nee, alles ist leer. Alle Teller sind leer. Nein. Nein! Moin, bin in der letzten Etage. Oh, moin, hey. Okay, was ist denn da drauf stehen bleiben? Ich will es auch austesten, unbedingt. Okay, Freunde. Vielleicht... Doch, ich werde zerquetscht oben. Wir müssen halt... Oh. Setti, das ging nicht. Ähm, okay. Guten Morgen. Okay, ich bin auf die Etage... 11. Okay, warte mal. Ich fall freiwillig runter, damit ich eine bessere Etage bekomme. Jetzt wird jeder random auf irgendeine Etage gesetzt und... Ich bin auf der 2! Ich bin auf der 4! Bei mir ist das Essen! Oh mein Gott. Was? Nice. Alter, Setti, ich hab so viel Essen! Mach dich weg aus meinem Essensvorrat! Das ist meine! Oh mein Gott, wir fahren weiter runter. Ich sehe, ich sehe, das Essen kommt gleich zu mir. Oh mein Gott. Oh, sie hat ein Schwert. Pass auf. Okay, Setti, ich brauche deine Hilfe. Ich hab nur ein Post-Med-Kid. Ich hab ein Buch. Das Quanten-Buch. Das Essen kommt runter! Oh mein Gott! Boi, was geht ab? Komm her! Hey, hol mich doch nicht! Sorry, Mann! Okay, denkst du, wir können den platt machen? Nee, ich glaube... Also, ess erst mal. Du kannst so viel essen, wie du willst. Okay, okay. Nein! Wir essen alles. Pass auf. Okay, wir essen einfach alles, ne? Ja, alles gehört uns hier. Lecker, lecker, lecker. Muchacho, amigo. Können die Kürtel was essen? Amigo! Oh, guck mal, hat Angst vor uns. Oh mein Gott! Setti! Lass meinen Freund in Ruhe. Ich hab noch genug Leben. Ich hab ihn weggeheatet. Okay, warte mal, das ist unser Essen. Unser Essen, runter hier! Runter! Er ist down. Ich hab ihn down gemacht. Setti, komm! Der wird auf unser Essen rauf. Okay, wir müssen das Essen verteidigen. Es ist unser Essen. Unser Essen! Oh mein Gott, aber es kommt immer mehr, je weiter es runter geht. Ja, ja, natürlich. Ist ja auch logisch. Sorry! Wie er einfach auf mich haut. Junge, er will einfach was essen. Sorry, aber Leute, wir können nicht teilen. Es tut uns leid. Ja, es tut uns echt gar nicht leid. Hau ab! Guck dir da auch mal an, was es hier alles so gibt. Es gibt Kuchen, es gibt Donut, es gibt Apfel, es gibt sogar eine leckere Suppe. Das ist aber ein bisschen zusammengewürfelt, das Essen, ne? Ja, ehrlich gesagt. Naja, das Essen ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber... Oh, warte mal, mit F kann man sich verteidigen. Wirklich? Wie cool. Oh, stimmt. Das ist einfach ein Donkey Kong. Donkey Kong? Wo? Ja, hier der Affe. Ich weiß nicht mehr, wo der ist jetzt. Okay, ich hoffe, der ist gehofft. Okay, Setti, aber ich nehme mir noch den Kuchen mit und dann sollte es von Essen her reichen. Ich meine, wir haben echt genug gegessen. Ja, wir haben es echt geschafft. Wir haben im Schacht überlebt. Da unten werden sie sich noch gegenseitig strollen, um ans Essen zu kommen. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und können dann können wir es mir so verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim anderen Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.